Hi und herzlich willkommen. Nach dem Sommer ist vor dem Sommer und in diesem Video zeige ich euch ein kleines, aber feines Gadget, was in meinen Augen bei keiner mobilen Klimaanlage fehlen sollte. Also auf geht's, viel Spaß. Und das Kernproblem bei Monoblock Klimaanlagen ist ja das nervige Brummen vom Kompressor und dabei ist es halt auch völlig egal, von welchem Hersteller ihr das Ding gekauft habt. Und mein Ziel war somit immer eine möglichst leise und leistungsstarke Klimaanlage. Und meine Silent Cool 26 Pro von Midea ist zwar schon sehr leise, aber die Vibrationen vom Kompressor haben sich über die nicht gedämpften Rollen am Boden nach unten übertragen und waren hier im Altbau sogar in der Wohnung unter mir hörbar. Und eine einfache Lösung, um den Lärmpegel nochmal etwas zu senken, ist die Entkopplung über diese Vibrationsdämpfer, Vertrockner oder Waschmaschinen, weil die Rollen der Klimaanlage passen einfach perfekt und das Gerät steht weiterhin gerade und sicher, überträgt aber keine Vibrationen mehr an den Untergrund und zusammen mit meinem Zweischlauchumbau komme ich damit in Summe auf folgende Lautstärke im Kühlbetrieb. Ja und da ich wie häufig schon erwähnt im Denkmalschutz wohne und außen eben keine Split-Klimaanlage montieren darf, sind diese mobilen Monoblock-Klimaanlagen mit Abluftschlauch meine einzige Hoffnung. Und diese Kombination, die ist nach meinen Recherchen und den jahrelangen Erfahrungen wirklich das Beste aus Preis, Leistung, Betriebslautstärke und Effektivität. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, dann findet ihr mein Setup und die Empfehlungen wie immer in der Infobox unter dem Video. Und diese kleinen Vibrationsdämpfer sind eben ein Schlüssel, um im Grunde die Gesamtlautstärke einfach nochmal deutlich ruhiger zu bekommen und das mobile Klimagerät eben von Fliesen oder Hartböden zu entkoppeln, weil je härter der Untergrund, desto stärker übertragen sich halt auch einfach die Vibrationen. Wenn ihr euch beim Thema der mobilen Klimaanlagen nochmal informieren wollt und ihr nicht genau wisst, welches Gerät was für euch sein könnte, dann schaut auch gerne mal bei meiner komplett werbefreien Homepage www.klimaanlagen-guru.de vorbei. Da findet ihr Empfehlungen, Testberichte und Übersichten wirklich für jeden Einsatzbereich und Geldbeutel. Also an der Stelle wie immer besten Dank fürs dabei sein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, euer Marco. Bis zum nächsten Mal.